Hallo liebe Fahrradfreunde! Wer sich wundert, was macht der auf dem Schiff mit dem Fahrrad? Ich darf hier drehen. Wir haben das ja schon angekündigt, sind ein bisschen auf der ganzen Welt unterwegs mit dem Bike natürlich, damit wir jederzeit an Land auch das nutzen können, wenn wir mal ein bisschen Zeit haben. Hobel immer dabei. Was wir da alles machen, seht ihr auf dem Blog. Schaut mal rein. Viel Spaß! Abweisen muss das Fahrrad natürlich auch gut verstaut werden. Das ist gar nicht so einfach, vor allem nicht bei der Größe und dem Gewicht. Das heißt, Spannboote mitnehmen ist vielleicht eine gute Idee. Oder wenn ihr vor Ort seid, irgendwo euch was besorgen, dass ihr das Fahrrad polstern könnt, wenigstens, dann lassen sich auch sehr unschöne Lackschäden vermeilen. Hier an Bord ist Siegern ein Thema, wenn ihr mit dem Auto unterwegs seid, ganz genauso. Fahrrad immer gut festgurten, schön in den Ständer rein, in den Fahrradständer, damit da nichts passieren kann. Denn man ärgert sich einfach, wenn das Bike am Ende kaputt ist.